Skurrile Haarpracht und Co. 5 Fakten über Erling Haaland Auf ihn blicken heute Abend Millionen Fußballfans, Manchester City-Star Erling Haaland, 22, spielt beim Champions League-Viertelfinale gegen Bayern München und steht dabei aufgrund seines Ausnahmetalents mehr im Fokus als die meisten seiner Kollegen. 5 lustige Fakten über den norwegischen Fußballprofi Beim Training erschien Haaland kurz vor der Bayern-Partie mit geflochtenen Zöpfen, und zog sich prompt jede Menge Sport im Internet zu. Fans verglichen ihn unter anderem mit Greta Thunberg, 20, und meinten, er sehe aus wie ein neunjähriges Mädchen. Meistens trägt er seine schulterlangen, hellblonden Haare beim Fußball zum Dude hochgebunden. Haalands Vater, der Ex-Profi Alf Inge Haaland, 50, verriet einst Journalisten, dass sein Sohn die gleiche Diät wie dessen großes Vorbild Cristiano Ronaldo, 38, einhalte. Dazu gehöre unter anderem viel Hühnerfleisch und stilles Wasser. Kohlensäurehaltige Getränke sind demnach streng verboten. Im Januar 2006 nahm Erling Haaland an einem Weitsprung-Wettbewerb teil und schaffte unglaubliche 1,63 Meter aus dem Stand. Das ist bis heute der Weltrekord für Fünfjährige. Der 22-Jährige hört beim Autofahren gern auf voller Lautstärke die berühmte Champions-League-Hymne. Und er hat den Song sogar als Weckermeldo die. Haaland bestätigte einst, es ist das einzige Lied, das mich niemals nerven wird. Anführungszeichen. In seiner Heimat Norwegen gründete er 2016 mit zwei Freunden die Radband Flurkings. Auf YouTube ist ein Video der Band zu sehen, das bereits über 9 Millionen Mal angeklickt wurde. Zur großen Hip-Hop-Karriere hat es offensichtlich nicht gereicht, aber seine Fans schauen sich den Song Kyu Gojo immer wieder gerne mal an, wenn auch häufig mit einem Schmunzeln im Gesicht. Das ist ein Video der Band zu sehen.